Willkommen bei ProfiSchnap.de in Empfingen im Showroom. Ich habe ein Megaschnäppchen für Sie und zwar von Himmola Kumuli 4515. Ein Sofa mit Vollrelexbeschlag manuell verstellbar und auch Klapparmlehnen in Leder Longlife 22 Rustica Smooth. Smooth ist irgendwie sowas. Ein Kundenstörner. Kunde bestellt, Kunde nicht abgenommen, Schnäppchen da. Ja, nun, Sie können hier wunderbar die Arme hin abklappen, aber das ist nicht das Entscheidende. Sie haben hier einen Hebel, Sie sind es auch hier. Da ziehe ich mal dran. Ups, dann kommen die Vorstütze raus. Schon bequem, aber geht noch besser. Ich lehne mich nach hinten und jetzt habe ich die volle Länge. Jetzt nehme ich noch das Kopfteil nach vorne. Wunderbar. Ohne viel Schnickschnack, ohne Elektrik, ganz einfache Bedienung. Wenig Platzbedarf nach hinten. Leichte, legere Form. Zwei Komfortsitze, die dann ganz einfach auch wieder reingehen. Ich zeige es Ihnen auch hier. Einfach ziehen, zack, kommt das Fußteil. Und jetzt lege ich mich nach hinten und schon habe ich die volle Bequemlichkeit. Kumuli von Himmola ist eine sehr erfolgreiche Serie. Gibt es auch schon seit Jahren. Der Beschlag wurde weiterentwickelt, damit man eben nicht mehr so viel Platz nach hinten braucht. Sie haben einen Bezug. Ein Longlife-Leder der Spitzenklasse. Rustica, sehr pflegeleicht, sehr angenehm, fest im Griff. Und das Stück kostet statt über 3.000 Euro bei uns 1.590 Euro Abholpreis. Lieferung 99 Euro, deutschlandweit bis ins Wohnzimmer. So, alles gesagt, schnappen Sie zu, wenn es Sie anspricht. Würde mich freuen. Und wann sehe ich Sie den Empfing? Dankeschön und tschüss.